So Leute, willkommen zu einer neuen Runde HG Und heute Leute spielen wir das Pickpocket Kit Natürlich passend zum Skinnen Stehlen wir heute den Leuten die Items Und zwar kann das Kit einfach das Inventar von den Gegnern öffnen, wenn ich auf die draufklicke Und ihnen dann einfach den Recraft zum Beispiel nehmen Das einzige wie man das Kit kontern kann, das heißt kontern Einfach verhindern, dass man den Stuff nicht gelootet bekommen ist einfach in der Hotbar den Stuff zu haben Oder den Recraft zu haben Denn da kann ich leider nichts nehmen Weil das wäre sonst einfach zu OP, weil dann könnte ich einfach das Schwert nehmen und das wäre einfach zu OP Und als zweites Kit haben wir 4 Ich habe keine Ahnung was das kann Aber das werden wir im Laufe des Games dann einfach sehen Was ich euch fragen wollte ist, ob wollt ihr HG uncut sehen oder gecuttet sehen Jetzt gerade mache ich es so gecuttet wie immer halt Weil ich einfach finde, dass es sonst einfach gar keine Arbeit ist Und so mache ich mir wenigstens ein bisschen Mühe beim Cutten Aber wenn ihr wirklich uncut haben wollt, weil es ja für manche irgendwie Gechitter ist Dann, keine Ahnung, bestimmt gerne mal oben ab rechts Würde mich freuen, weil uncut wäre auch so eine Möglichkeit einfach längere Videos zu machen Und wenn ihr längere Videos sehen wollt, dann ist es natürlich nice für euch Oder ich kann natürlich mehr Werbung schalten, das ist doch klar, nein Spaß So, ich werde euch jetzt das Kit gleich direkt mal zeigen an dem da Können einfach Sein Stuff nehmen Aber er hat leider jetzt nichts gehabt Was wir wirklich brauchen können Da drüber waren uns direkt gleich welche Aber kein Problem für den King Und da habt ihr es gesehen Ich habe einfach mal ein Recap draus genommen Das Kit ist einfach OP Ich schwöre euch, Leute Spielt das Kit Spielt das Kit So, jetzt zeige ich euch nochmal das Kit Es ist einfach geil Aber er macht ziemlich viel Damage, da muss ich ein bisschen aufpassen Und sein Recraft ist weg Es ist so geil, das Kit Es ist so geil Schwupps und weg sein Recraft Und bei mir im Inf Er denkt sich jetzt, wo ist mein Recraft? Wtf So, hier haben wir noch einen Opfer Das anscheinend keinen Recraft mehr haben will Junge Junge Ich raste aus Ich raste aus Ich raste jetzt Da kommt jetzt ein zweiter Dem Dem wir schnell mal den Kurs in Recraft rausnehmen Das ist der Typ, der vor allem die ganze Zeit weggelaufen ist, indem wir den Recraft schon gestealt haben Okay Entferne Und Abschill Ja 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 Dann Ja 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 Ich raste Ja 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 Get rekt Ja Leute, dann sind wir hier in der Lobby wieder Ich wurde halt am Ende wieder gestompt Das ist leider ein bisschen unspielbar hier auf dem Server Derzeit, wenn man nicht Anti-Stomper spielt, weil man nur gestompt wird Und die Leute einem auch noch abfuckt Und das auch noch meistens deutsche Leute sind Also Leute, wenn ihr deutsch seid und auf dem Server spielt Bitte fuckt nicht ab Weil ihr seid der Grund, warum keiner mehr in der deutschen Community spielt Das ist leider so Naja Jedenfalls, wir sehen uns beim nächsten Video wieder Und schreilt euren Freunden den Stuff mit dem Kit Und ciao